ja hallo und herzlich willkommen zurück zu renkert tfd um wir werden dieses mal los muss wenn wir machen ich gehe mal auf lulu ich habe gerade gegessen und beim essen mache ich eigentlich nie aufnahmen und natürlich wie wie eigentlich 80 prozent der der spiele die ich spiele wenn ich nicht aufnehmen dann gewinne ich und die gleiche aufstellung werde ich jetzt auch mal probieren weil die lief sehr gut also ich war ich hatte wild shapeshifter also genau bestie gestaltenwandler wild und zauberer meister und ich habe die ich habe die schwana als hyper carry gemacht und das lief super gut also die war dann am schluss level 3 und ja war wirklich super ja aber es sieht eigentlich danach aus dass ich nicht shapeshifter wild gehe sondern wahrscheinlich irgendwas anderes mal schauen was ist denn los was bringen die denn so rum hier sei doch mal still so wir könnten auch genau genau revolver held machen und vielleicht auch pirat und graves dann richtung richtung schicken weil das ist immer ziemlich lustig wenn der in die bergleine entstand und dann allem äh alles einfach töten das ist immer ganz gut so äh richtung piraten das ist ja auch ein zauberer meister also zwei piraten haben wir jordel haben wir zwei also jordel können wir auch gehen jordel ist ja nur nicht ganz so super aber nicht ganz so strong aber mal schauen so ja da hätten wir ja die die leute hier behalten können okay dann machen wir es mal so hier nochmal ich glaube wirklich das sieht aus wie assassin revolver combo wir haben halt kein item bekommen das ist ein bisschen nervig aber naja ja wir hatten jetzt nachher geld übrig weil wie gesagt wir haben keine items bekommen wir haben nur geld bekommen und da kann man das ruhig mal machen und nobel könnten wir ja mit vier leuten besiegen also äh bei nobel ist zum beispiel magier besser weil gegen magier ähm ist die rüstung nicht ganz so wirkungsvoll aber wir haben zwei level 2 wir haben vier auf dem platz das heißt wir gehen auf winning streak gut also set ist am anfang auch ziemlich gut weil er auch die die assassin äh die ninja ähm passiv bekommt also 40 prozent mehr der mensch das ist auch sehr gut ähm was wollen wir hiervon hiervon wollen wir eigentlich ja vielleicht den da da könnten wir jetzt sogar piratik schon gehen aber dann müssten wir aber dann müssten wir wir gehen noch nicht pirat weil dann müssten wir eine level 2 er einheit raushauen und na das das will ich nicht das will ich noch nicht hatte pirate ist hier so wir könnten auch ja holen wir uns den mal dazu das werden wir verlieren am anfang ist morgana auch sehr also nicht nur am anfang also die schon sehr gut dabei sobald ihr ähm hier ulti durchkommt also mit stun und allem das ist schon sehr gut so hier haben wir das da zauberer ist hier ähm ja wir warten noch ein bisschen wobei jetzt jetzt könnten wir äh auf pirat gehen warte 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 ah so jetzt so weil äh jetzt versuchen wir auf losing streak zu gehen und dann bekommen wir viel mehr geld wenn wir ähm den können wir verkaufen den tun wir rein ähm weil genau jetzt jetzt müssen wir ja nicht gewinnen sondern besser ist wenn wir jetzt ähm verlieren eben und dann mit dem piraten buff holen wir uns noch mehr geld wow yeah 1 das ist sehr gut das ist sehr strong so so shapeshifter mit dem mon hier gut wir sind als zweites dran wir könnten uns spatular holen wir könnten uns nicht spatular holen wir könnten uns äh mit dem bogen holen und den verkaufen die lulu verkaufen und dann haben wir hatten äh recht bleibt und ja das geben wir geben ähm den kreis den kreis dann 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 nehmen wir jetzt noch das geld mit und tauschen dann den piraten buff dann ging vor also hier haben wir auf jeden fall level 2 ließ und noch mal zwei wild wir könnten auch jetzt kann revolver helden verkaufen wir werden genau jetzt weiß ich was wir machen äh wir werden die beiden noch äh noch mal behalten ähm 1 verkauf so und zwar wir holen uns jetzt noch mal geld einmal und dann äh hoffen wir hoff ich äh bekommen wir ein bisschen money äh nicht money sondern bisschen äh items und dann switchen wir auf also hier haben wir daemon hier haben wir wild äh shapeshifter bekommen wir wenn ja wenn da irgendwas gutes kommt haha also shibana zum beispiel ähm ja ja der gmd er ist halt er schon auf fünf hoch so das hat ein bisschen weh getan jetzt sind wir gegen minions und dagegen können wir dann auch hier haben wir nichts bekommen super das ist super so wir können auch bisschen dämonisch reingehen mit ihm ähm dann tun wir morgana raus tun ihn rein ja atrox ist einfach krass gut ähm okay wie bauen wir dann auf also wir machen dann eins zwei drei vier fünf das können wir so machen da machen wir dämonen rein weit rein und einen assassin ok ja wow das ist ein gutes item jetzt äh bitte noch ein bf so 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 und jetzt ähm würde ich sagen machen wir arthrox zum carry den verkaufen wir auch lulu mhm lulu also wenn wir gewinnen tue ich lulu rein wenn nicht dann nicht hauscht daga danke ok lulu äh ja das nennt du zivilisten ne das war falsch rum was ich gesagt habe und was ich gedacht habe also ich wollte auf die 40 kommen und wenn ich nicht auf die 40 gekommen wäre hätte ich sie gekauft weil dann wäre es ja egal so ok wo wir brauchen wir unbedingt auf level 2 äh nah ist äh äh brauchen wir auch shivana wäre ganz geil und wenn wir shivana holen dann ist natürlich aha ist natürlich der ähm ähm der aurelion soll auch nicht weit entfernt wir hatten erst jetzt äh graveston nummer zwei bekommen das ist ein bisschen äh wenig ein bisschen wen so worauf geht er er geht äh yordle brawler vielleicht ein bisschen zauberer er geht auf noble ok er geht auf bisschen wild aber also er gewinnt auf jeden fall weil er ähm mehr level 2 hat als ich ja ja aber das wird schon noch das wird schon noch hoffe ich mal krass ja in der der braucht noch zwei mal k6 und bekommt level 3 so was haben wir hier nichts was wir brauchen wir holen uns mal den wir wollen dann verkaufen wir die beiden mal brawler ist also schläger ist halt auch sehr sehr wichtig aber aoe ist auch wichtig und zum glück hat er den konnte er den nicht dann aber jetzt ist er ja weniger auf kracht sobald er ihn fokussiert okay er ist durch die kommendes kann wir schaffen kaum machten super 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 gut jetzt was man in den roller brawler 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 oder eher je nachdem ähm wir holen uns äh na wir gehen jetzt auf nicht auf item also von vom item her hätte ich entweder ihn oder sie genommen weil wir ähm das ausweich item brauchen für arthrox aber das habe ich jetzt nicht genommen weil ich ein bisschen dumm bin und weil ich safe den nahe haben wollte weil wir jetzt bekommen wir nämlich ja hier ist auch noch mal scherwana so weil jetzt haben wir nämlich auch noch gestalten mantler und die geben auch noch mal ähm bonus hp 60 prozent und bestiel da brauchen wir jetzt nur noch eine ähm wie zum beispiel ja es gibt viele bestien also no problemo das ist das ist natürlich jetzt richtig gemein das war mein mein arthrox festnagelt ja so und zum glück äh hat er ihn jetzt nicht äh nochmal gesilenced bzw entwaffnet sonst äh hätte es nochmal probleme gegeben das funktioniert jetzt gut das funktioniert jetzt gut äh das funktioniert jetzt gut äh wir haben unsere economy ist sehr stark hochgefrischt hier ist nochmal nah Elise nochmal Elise warwick gut jojo 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 wir können hier auch tauschen weil wenn dann blitzcrank ist dann holt er den nah und das ist nicht so schlimm wie ähm athrox weil athrox ist unser damage dealer nah ist auch mit level 1 schon ziemlich gut aber athrox das ist äh schon mehr das ding ist er sein äh okay sein sein vega kam nicht zum ulti das ist sehr gut aber wir werden trotzdem verlieren mhm wir haben ja zu viele level 1 da noch drin das ist ein problem sobald äh shirana level 2 ist dann werden wir warwick austauschen das kann man ja so viele kennen das wäre auch eine möglichkeit noch so 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 wir können so 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 so